Wow! Schwanz, Ohren. Du siehst sowas von wie eine Katze aus. Ist voll irre. Ja, erstaunlich. Ist total leicht. Oh, Sekunde, Sekunde, warte. Nun musst du noch lernen, dich wie eine Katze zu verhalten. Ich konfrontiere dich mit ein paar Situationen und du reagierst wie eine Katze. Alles klar. Holz. Au! Nein! Nur Trottelholenbällchen. So tief singst du nicht. Katzen landen auf den Pfoten. Echt jetzt? Und wie? Ja, ich kann's! Gut gemacht. Reindach. Ist ein Naturgesetz. Auf gar keinen Fall. Das kannst du voll vergessen. Leute, ihr könnt mir Kleckerli's. Ach, Mell. Hoch. Schwanz ins Gesicht. Gut, Po an der Tasse rein. Über die Tasten marschieren. Ja, genau so. Kaffee auf Computer. Und runter. Super. Ja, du kannst es. Näher an der Katze kann ein Hund nicht sein. Friss Sweet Pea. Was? Katzen fressen Vögel. Du willst wirklich, dass sie Sweet Pea frisst? Nein, natürlich nicht. Das war nur... Okay! Budget aus! Böser Hund! Böser Katzenhund! Au! Entschuldige. Und jetzt komm raus. Ich hab dich mal auf. Vielen Dank.